Keine Gegner? Keine Gegner, sehr schön. Dann gibt man das. Ich habe nochmal noch mit. Hab ich jetzt was anderes noch freigeschaltet? Nein, natürlich nicht. Dann gucken wir mal, dass wir da unten zu der Quest kommen. Von woher kommen wir denn da am ehesten hin? Ja, dann nehmen wir einfach das. Schneidebanner und reisen gen Süden. Ist, glaube ich, am sinnvollsten. So. Aber ich hätte gerne mein Pferdchen. Weil das doch ein relativ langer Weg ist. Gibt es denn... hier vielleicht irgendwo noch eine Kiste zu holen? Vielleicht hier oben irgendwo? Da müsste ich von da aus hin. Von da unten aus. Von dem Haus. Ich will da mal hochgucken. Schauen wir mal, ob das einen Sinn hat, dass wir hier hoch können. Ha! Wusste ich es doch. Eine Kiste. Wusste ich da irgendwie auch nur heute was hochkomme. Äh, würde ich mich hoch schwingen müssen. Na gut. Das hier ist... Das hier ist... Ah, nochmal ein Gebäude. Okay. Kann ich? Darf ich nicht, ne? Darf ich hier doch hoffentlich einfach so rein. Sir. Hi. Ist hier wer zu Hause? Gibt es hier was zu holen? Oh, so ein richtig geiles japanisches... Ah, ja. Japanisches Serenhaus hat schon was, ne? Sieht schon edel aus. Oh, keine große Kiste? Das ist ja ärgerlich. Na gut. Okay, äh, wo komme ich denn jetzt am besten irgendwo hoch? Oi, oi. Ist auch noch ein Arbeiter. Ist auch noch ein Arbeiter. Mehr Arbeiter. Vielleicht nicht von der Höhe her. Ich muss schon auf eine der Seiten drauf. Oder hier halt. Wahrscheinlich eher einfach nur hier. Ich überlege gerade, ob ich mir erst noch das Banner hole und so. Ach, egal. Ich komme sowieso immer wie gerufen für euch, Hanna. Wer bist du? Ah, der ist das. Ach, ja, was soll's kommen. Gut, ich helf dir. Gut, ich helf dir. Gut, ich helf dir. Oh. Oh. Ja, weil jetzt mal die vorderen Reihen da ignoriert. Nice. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt nicht mehr hoch, oder was? Achso, okay, ich komme hier aber gar nicht weiter. Na gut. Ah, natürlich. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Okay. 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 Sollen wir jetzt hier unten noch irgendwo das Schneideband hat. Okay. 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 Ich muss ein bisschen aufpassen. Zumindest soll sie hier irgendwo sein. Ah, hier wir gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heiliger. Okay. Gut. Nächste Sammlung vollständig. Dann würde ich sagen, wir gehen hier mal rein. Das heißt, weil das hier unten ist noch böse. Es fehlen ja nur noch die zwei Gebiete, ne? Da und da. Ich glaube aber sinnvoll ist es, von hier oben aus darüber zu gehen. Von hier aus dann einfach hier. Aber hier ist ja auch gleich eine... ...Gewesen, ne? Schön die Rauchschwaden aufsteigen sehen. Ähm... ... 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 drüben ist eine 10 meter Nummer 2 sehr schön 50 meter und bewegt sich von mir weg das ist der und hier sind zwei das war richtig schlecht das war richtig richtig schlecht gemacht aber egal da unten läuft einer auf der Seite oh mein Gott natürlich schwingt man einfach neben das Ding der darf nicht zu weit nach vorne kommen so zum Beispiel war das richtig kacke wer weiß dass ich hier bin oder nicht oh mein Gott hier ist hier ist hier ist Oh, wow. I'm digging in a couple. Das war vielleicht nicht so die smarteste Idee, da so reinzugehen, aber hey, hat funktioniert. Ach, Menno. Gut, 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 wir haben beide Schneiderbanner bekommen. Das ist da unten und das da oben. Dann haben wir uns doch erstmal das da oben. Würde ich sagen, ist, glaube ich, am sinnvollsten, weil das auf dem Weg liegt. Ein Gebäude, was so aussieht, als wenn da ein Ding jetzt drin sein könnte. Eine Kiste drin oder drauf oder irgendwas. Und den da hinten, das ist ja das, was ich auch schon geholt habe. Wir müssen dann ein bisschen gucken, weil wir uns ja immer noch am Rand bewegen von den Regionen. Wie steht der Kiste drin? Wollt ihr so? Dann geht's noch mal dann, denke ich. Dann geht's noch mal drauf. Bis zum nächsten Mal. Ah, da wird zu spät die Parade. Sehr gut. So, wo haben wir jetzt was bekommen? Da, da, da und da. Okay, äh, hier unten sind zwei auf der Flucht noch. Sehr interessant. Das heißt, wir werden erstmal hier rüber gehen. Weshalb brauche ich eigentlich noch? Katze. Äh, zwei Schatztruhen. Die beiden Flüchtlinge, das Schneidebanner, den Schrein. Okay. Fangen wir mal da hinten an. Würde ich jetzt sagen. Vielleicht finde ich auf dem Weg dahin noch irgendwas. Da hinten haben wir die Leute gekillt. Bitte, bitte. Danke. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen was an Feilen. Tobi sieht ganz cool aus. Der Kaneti-Tempel. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein, vermute ich. Ist an der anderen Seite verstanden. Oh, never mind. Kommen wir rein. Hi. Schöner Tempel. Schick. Au. Au. Hier auch. Hm. Cool. Warum ist da... Äh, Katze. Okay. Die hole ich mir noch. Das heißt, ich muss hier jetzt irgendwo irgendwie hochkommen. Ich bin hier irgendwo da. Und für meinen Ankerhaken. So. Hi, Kitty. Got you. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Äh. So. Sorry. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ringe. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau. Vielen Dank.